Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier auf der Hauptstrecke Rheinruhr und kümmern uns um das erste Szenario Verbindung über Essen. Übernehmen sie die Verantwortung für eine S-Bahn Richtung Osten aus Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Wir fahren mit der BR 425, wie gesagt, von Mülheim an der Ruhr nach Essen. Oder Überessen, je nachdem. Mit 35 Minuten soll das Ganze dauern. Und alle Szenarien haben eine 1 von 5 Schwierigkeit. 8.550 Punkte für die Goldmedaille, das ist unser Ziel zumindest. Szenario-mäßig schreiben wir den 1.06.2020 um 13 Uhr. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Da wir jetzt halt hier im Szenario sind, wir kommen in Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Dies ist eine S-Bahn Richtung Osten. Sie werden den Zug den ganzen Weg bis nach Bochum Hauptbahnhof fahren. Okay, das heißt, wir fahren einfach über Essen. Wir entriegeln die Türen rechts. Gut, das ist ja schon eingestellt, dass die S-1 nach Dortmund ist. Dann haben wir hier S-B natürlich nicht. Wir haben P-Z-B haben wir jetzt an. Dann müssen wir noch Sifa anmachen. Und dann war es das. Dann haben wir Sifa an. Ich glaube ja. Oder nicht. Das funktioniert, Sifa will scheinbar gerade nicht. Ich kann zumindest mich nicht daraus befreien aus der Sifa. Dann werden wir dann sehen, wenn wir das erste Mal die Sifa haben. Dann müssen wir das deaktivieren. Dann können wir den Kombihöbel erhöhen. Und halten als nächstes in Essen-Frohenhausen. Und sollen dort sein in drei Minuten. Ich war doch noch nicht über der 45. Kann man nicht sagen, dass ich... Ne, habe ich auch nicht. Warum auch immer. Das lag dann wahrscheinlich eine Sifa, die jetzt gerade rumbackt und nicht wirklich will. Deswegen machen wir es halt aus und fahren halt nur mit P-Z-B. Ist halt wie es ist. Oh, ich dachte, wir kommen doch noch raus. Dann haben wir jetzt aber keine Wechselblenken mehr. Dann können wir jetzt auch... Ja, mit Verspätung dann... Okay, wir fahren diese Tour also komplett mit Verspätung. Wir haben noch 5,8 Kilometer bis Essen-Frohenhausen. Wir dürfen jetzt auf 120 beschleunigen. So, wir wollen nicht zu schnell werden. Vielleicht sogar noch 140. Aber wir werden das nicht... Zeitlich werden wir es nicht mehr schaffen. Wir sind jetzt... Eigentlich ist eine Zwangsäure und eine... Keine Ahnung... Sifa... Wot auch immer das war. Also ich gebe da erstmal der Sifa die Schuld, weil es nicht funktioniert, die ich dann zu dem Zeitpunkt noch anhatte. Aber gut, das ist halt wie es ist. Da kommt uns die S1 wahrscheinlich gerade... war es glaube ich hier entgegen. Die Gegenrichtung... Das dürfen wir zumindest für 4 Kilometer... 120 fahren. Normalerweise fahre ich halt einfach dann immer mit... mit Signalen und so weiter... mit... mit... mit Sifa und PZB bei den Szenarien... Aber wenn es halt nicht funktioniert, wenn es halt rumbackt, dann backt es halt rum und dann fahre ich halt nicht damit. Ganz einfach. Dann mache ich mir gar nicht die Mühe, den... den... den müssen dann so häufig es geht zu probieren. Wenn das nicht geht, dann geht es nicht mehr und dann... dann ist es halt nicht... dann ist es halt nicht drin. Ähm... Ja. Falls ihr mehr hier von... mehr von Trains & World 2 sehen wollt, ich habe auch eine Trains & World 2 Playlist... äh... erstellt. Außer wenn ihr alles von... äh... der Aufschlagerei in Ruhe sehen wollt, da gibt es natürlich auch eine eigene Playlist für. Und wie gesagt, wir werden heute mit Verspätung fahren. Äh... 8.550 Punkte brauchen wir glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe es schon wieder vergessen. Wir fahren jetzt schon die... 420 aus. Können wir das dementsprechend halt, äh... nach Essen-Fronhausen ausrollen lassen. Ich weiß halt gar nicht mehr genau, wie jetzt... die... 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 die Bremskurve... oder der... Bevor ich das vergesse, ich gucke nach... der Käse ist wieder an. Das... dieser Mist... das... das ist nicht einfach. Ich... ich... ich fände es viel geiler, wenn DTG das hinbekommen würde, wenn man das im Hauptmoni einstellt, haltetapel aus. Dann ist das egal, wie viele... 3.000 Trilliarden Strecken oder Loks ist noch dazukommen, dass es einfach standardmäßig aus ist. So. Kurzer... kurzer Rant für die Folge. So. Dann rollen wir es hier langsam rein. Geht gleich noch mal 120 Kilometer auch schon wieder weiter. noch einige Sachen, die wir jetzt auch hier aufhängen können und so weiter und so fort. Wir haben noch nicht die Zeit dafür, von daher lassen wir das einfach mal. Bremsen hier, wir sind anderthalb Minuten zu spät. Kommen immerhin 500 Punkte, knapp 500 Punkte fürs Halten und ja, wir sind eine Minute 33 zu spät. Nach Essen, wir werden auch keine Zeitgut machen. Also das wird eng. Vielleicht kriegen wir noch Zeitgut, vielleicht nicht. Wir können darauf achten, auf die Zeit und auf die Punkte, die wir bekommen fürs Einsteigen lassen. So, die erste... Wir bekommen... Man kann ja maximal 1000 Punkte bekommen. Je nach Szenarioart natürlich, aber je nach Szenarioausgangs... Ausgangs... Dingens. Je nach dem Szenario, je nachdem wie das... wie die Storyline quasi dahinter ist. Jetzt habe ich eigentlich drauf geachtet. Wir haben 440 Punkte bekommen. Wir würden 120 Kilometer pro Stunde fahren. gleich nur 110. Dann fahren wir bald nach Essen. Wo wir sind jetzt... Nächster Halt ist Essen. West ist sogar schon direkt da. Viel beschleunigen werden wir da jetzt nicht mehr können. Wir fahren über Essen nach Bochum. Und in Bochum halten wir dann... Und dann wechseln wir mit einem Kollegen, der dann das ganze... die ganze S-Bahn weiter nach Dortmund fährt. Ja, ich mag die... BR-25. Mich würde interessieren, ob da vielleicht... irgendwann mal was hingebaut wird. So nach dem Motto. So via Mastery oder so, das... 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 Das könnte ich mir gut vorstellen. So, dass man immer mehr... interaktive Sachen auch so hat. Dass man teilweise auch... Also was ich mit dem Mastery-Update auch nice fände, wenn es halt... Wie spät waren wir jetzt? Wie viel zu spät waren wir jetzt? Wir haben Zeit gut gemacht. Ähm... Was ich für den Mastery-Update auch nice fände, wenn es halt... Immer mal wieder solche Mastery-Events, sag ich jetzt mal, gibt. Oder immer mal wieder für Strecken auch zusätzliche Events, dass man halt... Nach und nach neuere Tasks auch bekommt. Neuere Aufgaben bekommt, die man erledigen muss, bis man dann halt wieder was freischaltet. Wodurch dann halt... Das... Äh... Die... Die Karte sich halt ein bisschen verändert. Weil so ein kleines... So eine kleine Veränderung im... Kartenbild, das kann ja schon einiges hermachen. So... Nächster halt ist dann Essen-Hauptbahnhof. Äh... In einem würde das auch mal dort sein. Wir haben 2,4 Kilometer noch bis dorthin. Äh... Ich vermute mal, dass das Essen-Hauptbahnhof wieder ein bisschen wilder wird. Ein bisschen wilder wird, was jetzt die Geschwindigkeitsveränderung betrifft und so weiter und so fort. Wobei, wir fallen da tatsächlich mit 110 da hin. Interessant. Zumindest laut... Laut hat... Weil wir beschleunigen mal nicht mehr als 110. Hier haben wir jetzt hier... haben wir die... Vorwarentag von 110. Hier haben wir dann das... Stellwerk. Mit Lockschuppen. Auch schon eine schöne Strecke. Lass uns mal den Back raufrollen, ne? Müssen wir nicht stark beschleunigen. Wir... 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 Wir sind eh zu spät. Dann können wir dann auch lieber später halten. Die Geschwindigkeit schon im Vorausfeldieren. Wir sind jetzt bei 3000 Punkten. Uns fehlen auch 5000. Aber ich denke, die Goldmitteleer sollten wir... sicher haben. Denke ich mal. Allerdings, ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Da müssen wir schon mal ein bisschen langsam rein. Man kann natürlich auch später reinbremsen, aber... Ich bin überrascht, dass es bisher... Ich sag's extra mit bisher... dass es bisher sehr gut geklappt hat mit dem S-Bahn-Bremsen. Und ich bin denkbar, dass ich zuvor... eigentlich auf der LGV gefahren bin. Auf der LGV Mediziner Rani. Die TWL-Strecken, die sind noch viel älter. Da habe ich gut was im Voraus aufgenommen. Habe die Zeit gut gemacht. Wir bekommen nicht immer die 500 Punkte fürs Halten, aber wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei, würde ich sagen. Stimmt, auf der T2-Line müsste ich auch noch mal den letzten 2 oder waren das 4 Szenarien oder 3? Können auch 3 Szenarien gewesen, wenn ich noch fahren muss. Äh, noch mal fahren. So, nächster Halt ist dann Essen Stiele. In Simon sollen wir dort sein und wir haben 4,2 Kilometer. Das würde sogar ganz gut passen. Wir dürfen jetzt aber nur noch 80 fahren. Schleudern wir mal auf 80. Haben wir eigentlich ein Tempomat drin? Nee, ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Das würde ich 120 Kilometer pro Stunde fahren. Schleudern wir mal aufpassen. Schleudern wir mal aufpassen. Das müssen wir noch mal aufpassen. Um zu fahren. Ungefähr der erste der Punkte haben wir. Wie oft halten wir noch? Ach, wir sind ja in der Mission. Wir können das nicht sehen. Brauche ich gar nicht gucken, ob wir scrollen können. Nein, können wir natürlich nicht. Finde ich schade, dass man das bei den Missionen nicht, bei den Szenarien nicht machen kann, sondern dass es nur, äh, im freien, hier, im Farbler-Modus geht. Aber das werde ich, das habe ich schon lange schade gefunden, äh, gefunden und werde ich noch sehr lange schade finden oder eigentlich wahrscheinlich, wahrscheinlich auf ewig lange, äh, schade finden. Weil das mit Sicherheit nie geändert werden wird. Warum auch ist ja, selbst wenn es irgendwann auf der Prio-Liste ist, ist es auf der Prio-Liste komplett irrelevant. Ach, unter der Rubrik komplett irrelevant. Ja, muss man mal leicht gegenbremsen. Dann haben wir einfach die vollen 30 Punkte bekommen. Und dann geht es jetzt auch leicht bergauf. Dann können wir jetzt reinbremsen. Dann sind wir jetzt in Essen-Steele auch wieder ein bisschen, also auch ein bisschen, auch natürlich zu spät, aber werden wir wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Zeit gut gemacht haben. Also das ist zumindest schon mal die Hauptsache, dass wir ein bisschen Zeit gut machen. Wobei, die Zeit könnte auch ähnlich sein, wie gerade in Essen-Hauptbahnhof. Einmal, glaube ich, zuvor. Da geht es eigentlich nur noch mit 90 weiter. Ja, diese Bremsung habe ich dann jetzt verkackt. Dreimal draufgedrückt, aber beim vierten Mal wurde es erst genommen. Können wir schon mal so ein bisschen Bremsen lösen. Dann geht es gleich noch weiter mit 90. Wir müssen jetzt prinzipiell von der strecken Länge her noch nicht mal bei der Hälfte sein. Also wahrscheinlich werden wir das Ganze so mit 12.000 Punkten benden. Roundabout. Grob geschätzt. Oh, jetzt 11.000 vielleicht. Werden wir sehen. Ich kann mich gerne das nachher nicht mehr ändern. Ich bin das ja alles auch schon mal gefahren hier in Trainsome World. Beziehungsweise Trainsome World 20-20. Entschlagen wir mal nur auf 90. Nächster Halt ist Essen, Steele, Ost. Da müsste man jetzt schon sein, aber gut, wir haben mal Verspätung. Da vielleicht noch ein paar Zäunchen hin, dass man da nicht rüberläuft. Aber ich weiß halt auch nicht, wie es halt in der Realität aussieht. Kann natürlich auch sein, dass es auch in der Realität da einfach kein Zaun ist und dass es halt erst so sehr kein Zaun dort steht. Was ich mir weniger vorstellen kann, aber gut. Kann natürlich sein. Okay, so je weiter wir jetzt gerade fahren, je länger ich jetzt fahre, desto mehr bremse ich schlecht. wieder zweimal draufdrücken müssen. Die Bremsen war mal besser. Bei der Minute Verspätung. Und weiter geht die wilde Fahrer. Jetzt sind wir eigentlich in der 90er Zone. Wie gesagt, eigentlich deswegen fahre ich auch nur 90. Nächster Halt ist dann Essen, Eiberg. Jetzt geht es hier über die Weiche rüber. da in die Kurve rein. 1,5 Kilometer haben wir noch. Wir sollten jetzt prinzipiell dort sein. jetzt geht es bergauf. Wir sollten ein bisschen Leistung noch nachgeben. Also, wenn wir das Tempo halten. Dann können wir jetzt auch wieder damit rausgehen mit der Leistung, damit wir noch ein bisschen runterbremsen, runtergebremst werden. Da, den, 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 die, 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 die Straße, die über die Schienen führt, die habe ich sehr spät gesehen. Bei den Übergang. Endlich gesehen, sind wir jetzt auch wieder ein bisschen später dran als vorher. Da kann man sogar noch einen Dings reprägieren, einen Fahrkartenautomat auf der Strecke hier. Die Collective Bild, keine Ahnung, wann ich die mal mache. Vielleicht mal irgendwann in einem größeren Stream oder in einem Stream, wo ich einfach alles mitnehme. Komplett auf die Zeit. Scheiße, so gesehen. Dann bringen wir die Türen wieder. Und dann geht es weiter. Nächster Halt ist dann Wackenscheid Höhen-Trop oder Höhen-Trop in zwei Minuten. Wir haben 3,7 Kilometer bis dorthin. Dürfen dann gleich sogar noch ein bisschen schneller fahren als 90. Ich glaube, eigentlich sind wir noch bei der 90. As far as I remember. So viele Bahnen immer gängen ohne Schranken. Er ist ja schon crazy. Dann dürfen wir jetzt beschleunigen auf 120. Ich merke ja kein Unterschied zwischen zwischen Hoch und Tief. Weil es kein Tief gibt. Es gibt eine Hoch. Ich dachte, vielleicht gibt es auch hier Tief, aber es gibt nur das Makro, das Steak-Normale-Makro-Fon. ein bisschen beschleunigen können wir noch nach. 1,7 Kilometer haben wir noch bis Wattenscheid Höhen-Trop. Oder Wattenscheid Höhen-Trop, na, Wattenscheid Höhen-Trop würde ich sagen. Ups. Eine falsche Aussprache könnt ihr mich gerne berichtigen. Hier gibt es jetzt, jetzt wo ich immer die ganze Zeit hier das Makrofon nutze, gibt es natürlich wieder beschränkte Bahnübergänge. Oh, es haben aber sehr gut Zeit aufgeholt. Perfekt. First Strike getroffen. Und wir sind jetzt nur noch 28 Sekunden zu spät. Nachhaltig bei der Bochum Ehrenfeld neigen wir uns schon nach Bochum. Wir nähern unsere Bochum. Wir nähern uns im Ende. Wir haben auch bald 8.550 Punkte. Eigentlich haben wir nach diesem Bahnhof 8.550 Punkte. Da heißt, die Goldbeineide haben wir. Die haben wir sicher. Können wir schon mal anlösen. Verringen wir die Türen. Und weiter geht die Wilderfahrt Richtung Bochum Hauptbahnhof. Nächster Halt in Bochum. Ehrenfeld in 4,1 Kilometern. Wirst du dort dann in 2 Minuten. Ach ja, es war mal wieder schön, eine deutsche Strecke zu fahren. Vor allem die Hausstrecke rein Ruhe. Die S-Bahn-Fahrten sind immer so schön kurz. Hat man dann nicht irgendwie anderthalb Stunden Videomaterial vor sich liegen oder so. Wie jetzt beispielsweise bei der Tis Valley Line. Wir haben auch noch einige solche Strecke, die wir noch fahren werden. Oder wo wir noch die Szenarien von fahren werden müssen. Whatever, wie auch man das bezeichnen mag. In Trains in World 2, die wir zwar auch schon in Trains in World gefahren sind, aber wie gesagt, ich habe mir gedacht, okay, wir machen das nicht im Stream, sondern wir machen es nochmal hier video-materialmäßig. Jetzt ist das zwar wieder stabiler mit dem Internet. War eine Zeit lang instabiler, als es dann wieder losging und so. Aber gut. So ist es glaube ich auch nicht verkehrt. Da haben wir gute Quali und so weiter. Ja, das ist aber sogar ein gelbes Signal in 1,4 Kilometern. Sind wir wirklich so früh? Ne, wir sind nicht so früh, sind wir auch wieder nicht. Oder haben wir danach, danach haben wir sogar Bochum Hauptbahnhof. Das heißt, der letzte Halte vor Bochum Hauptbahnhof, den haben wir jetzt. Und dann haben wir danach auch wieder ein bisschen, dass wir ein bisschen wieder mehr auf den anderen verkehrt auf achten, weil es dann wieder deutlich mehr los sein wird in Bochum Hauptbahnhof. So, mal gut raus, rein bremsen hier. Da war es was mit Feuerlöscher vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir, wie gesagt, alles höchstwahrscheinlich dann in einem, in einem Stream. Oder ein paar von den Collectibles einsammeln. Allerdings, wenn man halt wirklich nichts da durch irgendwie freischaltet, was weiß ich, keine Ahnung, was auch immer, dann lohnt sich das ja eigentlich auch gar nicht. Okay, wir sind jetzt 40 Sekunden zu spät. Wir holen echt Zeit. Wir haben echt die Zeit nochmal gut aufgeholt. Allerdings, die Frage ist, ob wir jetzt auch, ob wir jetzt die 40 Sekunden halten können und noch frängern können nach Bochum Hauptbahnhof. Ich bezweifle es. Ich kenne mich ja. Spätestens vor den letzten Bahnhöfen ist es dann eher... Es ist dann wieder so eine Sache. Eine Sache der Konzentration und das... Es dauert ja um 27. Der Motor auf 45. Dann kommt es noch weiter, aber auf 25 und lassen uns einmal 25 reinrollen. Kurs nach dem Halterpunkt haben wir ja auch die... Da haben wir ein roter Signal. Kurs nach Bochum Hauptbahnhof und der Fährt. Dann ja auch unser Kollege wieder weiter. Bisschen nachbeschleunigen müssen wir dann doch noch hier, wo es jetzt doch so steil bergauf geht. Jetzt müssen wir uns das Tempo halten. Gut, wie gesagt, die Verspätung. Wir bauen aber noch aus. Damit habe ich hier gerechnet. Von daher alles totti-futti. Gut, dann sind wir bei... Na, nicht ganz 10.000 Punkten. Äh, nicht ganz 11.000 Punkten, aber zumindest kurz davor. Da müssen wir uns nicht wieder gut einbremsen, damit wir halt wirklich am Haltepunkt, was ja kurz vorm Signal ist, auch zum Stehen kommen. 499 Punkte. Ich glaube, das war die beste Punktzahl für das Halten hier. Äh, das wollte ich nicht. Dann lassen wir uns mal eben einsteigen und danach ist noch das erste Szenario hier auf der Hauptstrecke Reine Ruhe. Für uns Geschichte. Und wir bekommen die Auswertung. Zeitlich gesehen sind wir ja echt noch sehr, sehr gut dabei. 35 Minuten ist ja schon echt, äh... Ne, haben wir ja Schalten bekommen. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Achieve Unlock HRR Essential Service. Verbindung über Essen. Wir sind jetzt ein neues Level. Wir sind aufgestiegen auf Level 39. Wir sind auf der Aufstrecke Reine Ruhe. Level 5 in der BR 425 sind wir Level 6. Wir haben 29,5 Minuten dafür benötigt. Die beste Haltegenauigkeit waren 2,1 Meter in Bochum-Ehrenfeld. Wir haben 36,38 Kilometer zurückgelegt und bekommen 10.948 Punkte und die Goldmedaille. Dann schauen wir uns doch mal an, was uns im nächsten Szenario erwartet. Das da heißt Ziel Duisburg. Übernehmen Sie die Verantwortung für eine S-Bahn Richtung Westen aus Essen-Hauptmannhof. Diesmal mit der BR 422 in DB-Lackierung. 25 Minuten soll das Ganze dauern nach 5.850 Punkte für die Goldmedaille. Das Ganze erwarten wir uns dann beim nächsten Mal hier auf der Hauptstrecke Reine Ruhe in Train Sim World 2. In dem Sinne, vielen Dank, dass Du dabei warst. Ich hoffe, es hat Dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe Dich dann im nächsten Train Sim World 2 Video wieder. Ich hoffe, es hat Dir gefallen.